Sennebogen präsentiert den 8130 EQ, die moderne Art des Materialumschlags. Vielseitig, zuverlässig und effizient. Betriebs- und Energiekosten sind heute mehr denn je ausschlaggebende Kriterien im modernen Materialumschlag. Mit dem neuen 8130 bietet Sennebogen eine äußerst sparsame und kostengünstige Maschine zum effektiven Materialumschlag. Dank innovativer Balancer-Technik lässt sich die Maschine mit geringem Energieaufwand betreiben. Hohe Reichweiten und Nutzlasten bis zu 10 Tonnen machen den 8130 nicht nur äußerst vielseitig einsetzbar, sondern auch maximal effizient. Die perfekte Maschine für den anspruchsvollen Einsatz auf dem Schrottplatz oder im Hafen. Mit dem 8130 als Balancer-Umschlaggerät stoßen wir in eine neue Dimension in Sachen Energieeffizienz vor. Die Balancer-Technik. Nur zwei Zylinder bewegen die robuste Ausrüstung. Der Stiel wird mittels einer massiven Schubstange bewegt. Lange Hydraulikleitungen entfallen. Parallel sorgt ein bewegbares Gegengewicht für konsequentes Gleichgewicht, analog dem klassischen Hebelgesetz. Wie funktioniert das? Bewegt sich der Ausleger mit der Last im Arbeitszyklus nach außen, wird auch das Gegengewicht am Heck weiter nach außen bewegt. In jeder Situation liegt so der Schwerpunkt der Ausrüstung in der Mitte. Ein geringer Energieaufwand die Konsequenz. Da die Maschine in jeder Position völlig ausbalanciert ist, genügt uns eine wesentlich geringere Antriebsleistung. Das heißt etwa 50 Prozent einer konventionellen Maschine. Auch stationär betrieben eignet sich der 8130 mit einer maximalen Reichweite von 27 Metern bestens für den Materialumschlag. Hier kommt ein weiterer Vorteil zum Tragen. Elektrisch betrieben lassen sich zusätzlich Energiekosten sparen. Der Elektromotor des 8130 EQ leistet 130 kW. Alternativ steht auch ein Cummins Dieselantrieb mit 160 kW zur Verfügung. Das Sennebogen Hydrauliksystem steht für Zuverlässigkeit in allen Funktionen. Die robuste Stahlbauausführung ist konstruiert für den Dauereinsatz. Das Thema Effizienz stand bei der Entwicklung dieser Maschine im Vordergrund. In allen Bereichen. Der Elektroantrieb macht deutliche Einsparungen bei Energie- und Betriebskosten möglich. Erste Tests haben ergeben, dass in Kombination mit unserem elektrohydraulischen Antriebskonzept bis zu 75 Prozent Betriebs- und Energiekosten eingespart werden können. 75 Prozent Einsparung. Die Sennebogen Max-Cap-Industrie. Eine Kabine, die optimale Übersicht und höchsten Komfort miteinander vereint. Die durchgehende, nach innen geneigte Panzerglasscheibe garantiert beste Sicht. Auch nach unten, denn die Bodenscheibe ist serienmäßig. Steuerung per Joystick. Die Bedienung komfortabel und feinfühlig. Präzise. Der 8130 überzeugt durch geringe Servicekosten. Und auch im Punkto Sicherheit und Bedienerfreundlichkeit setzt der Maßstäbe. Das Powerpack. Das Herzstück des 8130 EQ. Gut zugänglich befinden sich hier alle relevanten Antriebs- und Steuerungskomponenten. Zentral an einem Ort. Das intelligente Modulsystem gewährleistet maximale Arbeitssicherheit bei jedem Wetter. Alle Wartungspunkte sind optimal zugänglich. Das gilt auch für die Positionierung der Zylinder. Kurze Leitungen von und zu den Zylindern sind ein weiterer Vorteil. Bis zu 10 Tonnen Nutzlast. Maximale Reichweite 27 Meter. Damit kann in der stationären Lösung eine Fläche von 2300 Quadratmetern bedient werden. Ein Raupenfahrwerk, Ponton oder Portalvarianten sind nach Kundenwunsch realisierbar. Der 8130 EQ dank Balancer-Technik und Elektroantrieb eine neue Dimension in Sachen Energieeffizienz. Energieeffizienz ist heute mehr denn je ein entscheidender Wettbewerbsfaktor für unsere Kunden. Egal ob im Schrott oder im Hafenumschlag. Der Sennebogen 8130 EQ. Das ist maximale Energieeffizienz. Go for green!